hallo leute und herzlich willkommen zurück bei die akt hat begonnen kommt schon ja Oh! Ja, hier! Ja, ja, jetzt rüben. Ernsthaft? Das ist so scheiße. Jetzt können wir... Gut, dann... Okay, reden wir kurz mit ihm. Kaufen können wir nichts, aber wir können vielleicht nichts upgraden, verdammt. Ja, uns fehlt es an alles. Ja. Uns fehlt es wirklich an alles. Ach, schade. Also, an alles meine ich damit das hier. Kaufen können wir nichts, aber... Oh, Beuteile. Ja, ja, wir kaufen alles. Wir haben ja tonnenweise Geld. Also... Warum nicht? Ja, hoffentlich bis demnächst. Ja, hoffentlich auch. Äh, wir wollten da drüben hin. So. Wohin... Wohin... Die Tag wird bald an... Beifall bei dem bei dem Hup. Wann sie? Wann sie? Wann sie? Wann sie? Hup. Okay. Nein! Das kann doch nicht sein, oder? Sag mir, dass er noch da ist. Oh, mein. Verdammt. Ich dachte... Warte. So, aufmachen, bitte. Okay, das ist jetzt scheiße. Gut, in dem Fall... Ja. Gehen wir wieder schlafen. Ja. Warte ab. Und ab. Okay, und bis zur Dunkelheit dann... Ah, das ist so scheiße. Aber ja. Was will man machen? Wir haben ja zu lange bei den anderen... Oh. Oh. Da war auch da so... Ups. Ah, hier finden wir nur zwei. Ganz saft. Der wollte schon wieder schreien. Und... Und wir füllen gerade auf. Wir haben ja die... Taschen da können, wenn ich dann... Hempfstoffbehälter erkannt. Oh. Ja. Wir haben wieder keine. Gut. Dann machen wir wieder welche... Dann machen wir wieder welche... Und... Noch eins. Und hier vorne ist auch wichtig... Wir brauchen wieder ein paar. Fünf sollten ausreichend sein. Arzt. Ories businesses. Hofright. Scheiße. Oh, 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 oh. Ja, rauf, kurz wieder weiter von hier machen. Verdammt, die gehen zu schnell weg. Gut, machen wir gleich alle. Gut, machen wir gleich. Untap So Okay Sehr gut Einziger dicker Kopf Sehr gut Oh baby Leider nur zwei Drei gehen am besten, aber Man nimmt was man Kriegen kann Und Das letzte So So Uh Klingen Und das hier So rauf Und Was brennt Ihr hässlich Mann Oh ja So 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 Gut Oh, wer bist du denn? Oh Ein Toter Kein Wunder So Sonst Brauchen wir hier nichts mehr, oder? Ja, das sind wieder typisch solche, die nichts haben Immer auf dicke Hose machen und dann nichts dabei haben Wir haben hier doch auch ein paar getötet, aber das waren wieder nichts wert, gut So Sonst Die Das ist Und das ist Nein, keine Zeit für so etwas Wir wollen schlafen gehen Sagt geil aus Und gekonnt Aber ehrlich Okay Gut Mal sehen Gibt es etwas Das wir noch machen können Bevor wir Weiter müssen Oder bevor wir weiter gehen Das hier Können wir machen Wenn wir auf dem Weg Da drüben sind Also Kein Problem Geht Ja Ja. So. Ah. Woppa. Gut. Was? So am Arsch. Ja. Ich komme hier also nicht neben draus. Und von was träumt ihr nachts? Ah. Gut. Problem gelöst. So. Ich habe, äh, ja. Bläh. Boom. Äh, warum? Also das sieht erstens mal geil aus. Aber Sammelstücke, es gibt doch... Ah. Wir haben es doch schon gefunden. Okay. Nein, nichts gesagt. Ja. Wir sind auf dem Weg da rüber. Und dann gucken wir den halt so. Das ist eine Paraglade. Hab kein Interesse. weiter. Und tap. Äh. Was hältst du davon, wenn wir ein Geschäft machen? Aha. Was für ein Geschäft? Oh, wir sind ja auch gleich da. Und tap. So. Ich glaube aber, die Peacekeeper halten auch zusammen. Und dann lassen wir von dem her. Höp. Abrollen. Schade. Schade. Aber gut. Jetzt ist es gut. Dann ist das kein Problem mehr, oder? Okay. Bielabore. Jeder weiß, dass es Höllenlöcher sind. Ja. So. Da wollte ich gerade sagen... Uh, aber... Nee, 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 nee. Das vielleicht... Aber... Ja, wir kaufen alles andere. So. Und so. Gut. Ich freue mich auf deinen Einkauf. Ja. Oh. Gut. Licht. Kamera. Und jetzt hier. Ja, ja. Ah, es geht bei Nacht. Äh. Zwingen Sie ihn aus dem Ring, bevor die Zeit abläuft. Nicht nur,eras Naja. Ich werde das überschend. Sorge. Die sind nicht immer im Gefendingsgeschen. Dönend. Ja, das geht aber. So, und. Okay. Up, 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 up. Okay. So. Kannst du auch mal probieren. Okay. Ah. So. Oh. I'm sure on. Oh. 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 Ah. Das ist doch schwieriger als ich dachte. aber auch nicht so leicht was übung macht den meister versuch es noch mal wir haben das jetzt freigeschattet jetzt wollen wir ja die hauptkasse hinterher das ist da drüben wie spät ist es kann ich die uhr ablesen auf der karte vielleicht oder erst gerade nacht nein ja 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 Ah, da. Aha. Ah, da. Und rollen. Warum gibt es hier so viele Schreihälze? Oh, da. Gut. So. Okay, Antab. Aiden, bist du da? Ja, bin gerade ein wenig im Stress. Nur mal kurz zur Info. Es gibt Bewegungen bei den PKs. Sie suchen dich. Pass auf dich auf. Viel Glück. Okay, und warum suchen sie mich? Was habt ihr wieder angestellt? Oh, das ist ja. Was habt ihr wieder angestellt? Was habt ihr denn? Was habt ihr die Frage? Oh, das ist alles. Was habt ihr denn da? Das ist alles. Was habt ihr denn da? Oh, das ist nicht. Okay. So, ah, hier. So, und runterwerfen. Nur in der GRE-Tunnel. Das könnte es sein, wovon Harkon gesprochen hat. Aber keine Spur von Walls. Ja. Und mitnehmen. Sie haben ungenutzten Nähmstoff? Was? Seit wann? Gut, wir packen ein bisschen mehr in unser Lebensblut rein. Ah, und diesmal hat es uns wieder nicht umgehauen. Eigentlich könnte es einfach gut. Okay. Deshalb. Aber gut. okay warum es hier warum sind hier keine infiziert das ist doch seltsam das hier aufmachen aber geht nicht aufmachen ein generator aufmachen ja klar meine anschalten genau 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 anschauen Ja, push. Ah, verflucht. Vielleicht gibt es hier ja eine Art Generator. Ähm, ja, hier. Ähm, vielleicht nicht so laut. Oder wie bedeutet das, findet ihr? Okay, okay. Wir müssen also das hinterher folgen. Ja, war ja klar. Genau hier. Was, zahm... Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, mach doch recht, verdammt. Ow. und siegartiger kopf und aufmachen und siegartiger kopf und aufmachen